Seit drei Jahren gibt es keine Ernte mehr. Nur wenige von uns haben überlebt. Manche sagen, dass es über der Baumgrenze wieder regnet. Ich glaube nicht daran. Ich habe draußen Vögel gesehen. Der Flog nimmt gleich euch nur wie wir. Siehst du, das ist ein Zeichen. Was ist, wenn es da oben nicht besser ist? Na, die Vögel, die wissen, wo das Wasser ist. Wir wurden überfallen. Die kommen alle paar Wochen runter. Da fangen Leute ab und verschwinden wieder. Ich muss meine Schwester finden. Leonie! Wo ist Leonie? Fahr los! Ich habe Rauch gesehen. Ungefähr drei Kilometer in diese Richtung. Ich tu dir nichts. Im Gegenteil. Was macht ihr hier? Wir müssen hier weg. Die Sonne wird dich verbrennen. Ich trage, ich habe dich verbrennen. Vielen Dank.